In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie du den Edge-Browser nutzen kannst, um Anmerkungen in PDFs zu machen. Ich habe den Edge-Browser bereits geöffnet und öffne nun im Edge-Browser ein PDF. Dazu nehme ich ein gespeichertes PDF und ziehe es einfach hier in das Fenster des Edge-Browsers und du siehst, das PDF wird direkt im Browser geöffnet. Am oberen Rand des Browsers siehst du nun eine Menüleiste. Du kannst das PDF vergrößern und verkleinern, du kannst es drehen, du kannst es an die Breite anpassen, du kannst eine Seitenansicht wählen, du kannst dir das PDF laut vorlesen lassen und nun beginnen die Bearbeitungsoptionen. Du kannst beispielsweise einen Text hinzufügen. Dazu wähle ich den Punkt Text hinzufügen, klicke hier nach Name auf das PDF und füge hier meinen Namen ein. Du hast dann noch Bearbeitungsoptionen, beispielsweise kannst du die Textfarbe ändern, hier auf grün, kannst den Text vergrößern oder verkleinern, kannst den Textabstand vergrößern oder verkleinern und kannst diese Anmerkung auch wieder löschen. Das Feld mit deiner Textanmerkung kannst du auf dem geöffneten PDF auch leicht verschieben. Ich schiebe das Feld nun wieder an die richtige Stelle, klicke neben dieses Feld und nun wurde schon mein Name in das PDF übernommen. Möchte ich nun handschriftliche Anmerkungen machen, klicke ich dazu auf das Zeichnenwerkzeug, kann hier aus einer Vielzahl an Stiftfarben wählen und kann auch die Stiftstärke wählen und kann dann direkt im Edge Browser auf dem PDF meine Anmerkungen machen. In diesem Fall das Multiplizieren dieser Binome. Richtig Spaß macht diese Funktion natürlich, wenn du ein stiftbasiertes Gerät nutzt. Zu guter Letzt gibt es auch noch die Funktion hervorheben. Die ist mit einem Textmarker vergleichbar. Hier hast du auch wieder verschiedene Farben, verschiedene Stärken und ich wähle nun zum Beispiel blau und markiere mir hier den Text Binome. Ist hier im Menü die Option nur Text hervorheben markiert, erkennt der Browser automatisch den Text und passt auch deine Markierung an. Mit dem vierten Button, Löschen, kannst du Markierungen, handschriftliche Anmerkungen auch wieder löschen. Wie du siehst, Texteingaben lassen sich so nicht löschen. Dazu wählst du wieder das Text hinzufähigen Werkzeug, klickst auf den Text und könntest ihn mit dem Mülleimer-Symbol wieder löschen. Ich füge nun noch einmal meinen Namen hinzu und zeige dir noch die Möglichkeiten, dieses Dokument zu speichern. Du hast am rechten Rand nun die Möglichkeit, dieses Dokument zu speichern. Das bedeutet, dein Original wird überschrieben oder speichern unter. Du kannst also einen neuen Speicherort angeben. Natürlich bietet dir der Edge-Browser auch die Möglichkeit, das PDF, das du soeben bearbeitet hast, direkt auszudrucken. Ganz am rechten Rand findest du noch ein Einstellrad für Einstellungen. Dort kannst du festlegen, ob du möchtest, dass diese Symbolleiste angeheftet bleibt oder du kannst mit einem Klick alle Anmerkungen ausblenden bzw. diese auch wieder einblenden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video zeigen, wie du schnell und einfach Anmerkungen in bereits bestehenden PDFs hinzufügen kannst.